Nummer 7 ist der Intex Premium Frame Pool Set Prism Greywood. Dieser Premium Pool fügt sich dank der dunkelgrauen Holzoptik gut in jede Umgebung ein. Der Poolrahmen besteht aus pulverbeschichtetem Stahl, der rostbeständig, langlebig und stabil ist. Dank der innovativen T-Verbindungsstücke ist der Aufbau einfach und es werden keine zusätzlichen Werkzeuge oder Sicherungsstifte benötigt. Die verstärkte Poolfolie aus dreilagigem SuperTuff Material sorgt für eine hohe Langlebigkeit. Die Qualität und Stabilität des Pools konnten viele Kunden überzeugen. Eine Leiter, Filterpumpe, Abdeckplane und Bodenplane sind als Zubehör im Lieferumfang enthalten. Wenn du ein Pool Komplettset für die ganze Familie suchst, kann dieser Intex Pool der richtige für dich sein.